Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Bundesliga und ihr werdet es schon erraten haben, der Hamburger SV hat seinen Trainer entlassen, deswegen sind wir hier jetzt mal an einem Sonntag auf Sendung, weil natürlich in Nils sich jetzt einiges aufgestaut hat, so an Emotionen und Meinungen und Analysen, die raus müssen. Also ich fasse mal einmal kurz die Lage zusammen Nils, dann gebe ich gleich endlich ab. Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer des Hamburger SV. Nachdem der Hamburger SV sind jetzt, glaube ich, fünf Lichtspiele in Folge nicht gewinnen konnte und jetzt am Wochenende aus seiner 2-0-Führung gegen Schalke 04 ein 2 zu 2 hat werden lassen, hat sich der Verein entschieden, die Wege zu trennen mit dem Trainer und jetzt ist der HSV zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder trainerlos. Man hat ja im Winter Baumgart erst installiert für Tim Walter, Tim Walter war sehr lange da, aber jetzt die große spannende Frage an Nils, wie geht es dir mit dieser Entscheidung? Also es ist ja weniger die Entscheidung, die jetzt in mir die großen Emotionen auslöst, sondern das ist ja Woche für Woche das gleiche Spielchen und die Trainerentlassung ist in meinen Augen, jetzt komme ich eigentlich schon direkt zum Fazit vor der Herleitung, aber so war deine Frage jetzt halt gerade formuliert. Trainerentlassung ist folgerichtig und auch richtig und die Emotionen kommen eher über die enttäuschenden Auftritte der letzten Wochen, die für mich kaum zu erklären sind. Aber wir versuchen natürlich trotzdem einen Erklärungsansatz zu finden und wie so oft, wenn man über den HSV redet, kann man da durchaus auch ein bisschen weiter ausholen und die nähere Vergangenheit mit einbeziehen. Denn es ist jetzt nicht so bei Baumgart, dass jetzt die letzten vier, fünf Spiele in irgendeiner Form allein nicht ausschlaggebend sind. Und die Geschichte ist ja schon ein bisschen länger. Wir fangen eigentlich an bei der Entlassung von Tim Walter. Die hat sich ja auch lange gezogen. Da gab es ja auch immer viel Kritik aufgrund der Spielweise, aufgrund der ausgebliebenen Erfolge. Und dann hatten wir die Situation, dass Jonas Bolt, der damals noch Vorstand war, Sportvorstand war, an Tim Walter festgehalten hat. Dann ist Tim Walter gegangen und man hat dann mitten in der Saison letztes Jahr auf Platz drei stehend Steffen Baumgart geholt. Das Problem war damals schon, dass Steffen Baumgart von seiner Art und Weise Fußball zu spielen eigentlich gar nicht zu dem passt, was die Mannschaft über zweieinhalb Jahre von Tim Walter gelernt hat. Das heißt, alles, was irgendwie im Muskelgedächtnis eingebrannt war, hat dagegen angearbeitet, was Baumgart auf einmal etablieren wollte, mitten in der Saison, ohne Vorbereitung, ohne Transfers, bei denen er mitreden konnte. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat so schlecht funktioniert, dass Baumgart auch schon relativ schnell wieder in der Kritik und auch vor dem Aus stand. Man hat dann gehört, dass Polzin, der Co-Trainer, der ja auch schon unter Walter da war, auch viel dafür getan hat, dass dann noch ein bisschen das Ruder rumgerissen wurde. Aber er war dann von Anfang an in der Kritik. Und Bolt wollte ihn dann auch entlassen. Allerdings wurde dann ja Bolt zuerst entlassen. Und dann kam Stefan Kunz. Und Kunz hat dann gesagt, okay, ich will jetzt hier erstmal ein bisschen Kontinuität haben. Ich möchte nicht das Erste, was ich mache, den Trainer rauszuwerfen. Das soll jetzt nicht meine erste Amtshandlung sein. Ich gebe dem jetzt mal eine Vorbereitung. Ich gebe dem vielleicht auch ein paar Transfers. Und Steffen Baumgart hat ja auch schon nachgewiesen, dass er aufsteigen kann mit Paderborn. Er hat mit Köln sogar international gespielt und da mit einer richtigen Kack-Truppe auch eine Menge rausgeholt. Es war ja auch berechtigt zu hoffen, dass da eventuell nochmal was passieren kann. Und man muss jetzt aber wirklich ein Fazit ziehen nach, ich weiß gar nicht, zwölf Spieltagen oder so. 13 sogar. Der Punkteschnitt ist unterdurchschnittlich schlecht. Und die Art und Weise, wie gespielt wird, ist auch schlecht. Und da können wir gerne mal jetzt das aktuelle Beispiel gegen Schalke nehmen. Man hätte zwar mit einem Sieg sogar auf Platz drei springen können. Aber auch dann, wenn sie gestern noch 2 zu 1 oder 3 zu 2 gewonnen hätten, hätte ich eine Trainerentlassung bevorzugt, befürwortet, weil es unfassbar erschreckend ist, diesem HSV zuzuschauen. Sie haben gestern gegen einen Schalke 04 gespielt, was noch mehr am Boden liegt als der HSV, jemals wahrscheinlich in der zweiten Liga. Schalke ist gerade unfassbar angeschlagen und du hast gesehen, dass nach dem 2 zu 0 diese Mannschaft eigentlich auseinanderzubrechen drohte. Das war so ein Moment wie 2014 Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale beim 7 zu 1, als der brasilianischen Mannschaft dabei zusehen konnte, wie sie kollabiert. So fühlte es sich nach dem 2 zu 0 an. Und der HSV hat es geschafft, und das ist eigentlich auch eine unglaubliche Negativleistung. Sie haben es geschafft, dieses Schalke 04 wieder aufzubauen und das Spiel zurückkommen zu lassen. Das ist eine Aufbauhilfe, die, glaube ich, ihresgleichen sucht. Und dann stand es 2 zu 2. Keiner wusste warum. Der HSV hat einfach aufgehört, irgendwas zu machen. Der hat einfach nichts mehr gemacht. Und dann auf einmal, nach dem 2 zu 2, so die letzten 10 Minuten, haben sie dann wieder die Brechstange ausgepackt und versucht, das nochmal rumzudrehen. Und das ist ein Muster, was du Woche für Woche siehst beim HSV. Sie spielen komplette Grütze. Das war jetzt ja auch in Braunschweig zum Beispiel so. Und versuchen dann irgendwie am Ende das nochmal wieder gerade zu rücken. Aber egal, ob es jetzt Braunschweig war, Schalke, Elversberg. Es ist völlig egal. Es wiederholt sich alles. Die Mannschaft ist tot. Die Mannschaft hat keinen Plan. Es ist keine Idee erkennbar. Aus unerklärlichen Gründen fehlt jede Intensität, jeder Wille, das Spiel zu gestalten. Nach einer Führung wird die Mannschaft sofort passiv, macht gar nichts mehr und fängt an, auch den schwächsten, da niederliegenden Gegner dazu einzuladen, wieder zurückzukommen ins Spiel. Und das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr besorgniserregend ist. Und es gibt halt wenig Hoffnung, zu glauben, dass Baumgart das Ruder da nochmal rumreißen kann. Deswegen ist meiner Meinung nach die Entscheidung jetzt erstmal richtig so. Was meinst du? Um deine Tirade zu unterstreichen, das war jetzt das vierte Mal in dieser Saison, dass der HSV nach Führung noch Punkte hat liegen lassen. Also es ist auch ein wiederholendes Muster, dass der HSV trotz Führung Spiele nicht ins Ziel bekommt. Und ich finde auch, man hat eine offensive Ideenlosigkeit beim HSV gemerkt. Also ich fand, ich würde da ein bisschen einschränkend zu deinem Anfang sagen, dass es anfangs ja noch als Baumgart kam, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, er schafft es jetzt vielleicht mit einer neuen defensiven Stabilität und den alten Ideen von Walter da sowas Neues entstehen zu lassen. Aber dieser Eindruck hat sich dann relativ schnell relativiert, weil es da dann auch relativ schnell auch abgehängt worden im Kampf um den Aufstieg letztes Jahr. Und entsprechend hat mir jetzt auch die Fantasie vor der Saison gefehlt, wie dieser Mannschaft weiterkommen soll. Es gab natürlich auch Transfers, die auch teilweise auf Baumgart gemünzt waren. Zum Beispiel der Selke-Transfer ist sicherlich auch entstanden, weil er sich mit Selke auch gut versteht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Oder auch ein Richtertransfer sind eher so Spieler, die ich jetzt in einem Baumgart-Fußball zuordnen würde. Aber du hast es ja gerade auch schon gesagt, diese Weiterentwicklung, die man von dem HSV eigentlich erwartet, mit der individuellen Klasse auch Spiele zu dominieren, Spiele nicht nur in Phasen offensiv zu gestalten, sondern durchgeht offensiv zu gestalten, die ist weg gewesen. Und auch dieses typische Baumgart-Ding, das er sehr offensiv spielen lässt eigentlich und auch in Köln ja lange Zeit noch hat sehr offensive Aufstellung gewählt, als diese Mannschaft schon Probleme hatte. Das hat man auch nicht mehr gesehen. Jetzt hat man gegen Schalke halt mit sieben vornehmlich defensiven Akteuren angefangen, hat er halt in einem 3-4-3 gespielt, was eher so ein 5-2-3 war, mit drei Offensiven nur drin. Und da fehlt mir ja auch die Fantasie, wie das hätte weitergehen sollen, wie man da jetzt das Ruder hätte rumreißen sollen. Weil man auch das Gefühl hat, in der zweiten Halbzeit, das haben ja auch Spieler so, wenn man das Abendblatt liest, die ja dann mal relativ nah dran sind am Kader, die schreiben auch, dass die Spieler nicht genau wussten, was sie in der zweiten Halbzeit eigentlich tun sollen. Das ist dann, glaube ich, schon ein Alarmsignal. Ja, ich glaube, dass die von dir angesprochene Stabilität dann auch wieder zum Handicap wurde, weil sie dann nur noch versucht haben, stabil zu sein und nach der Führung jegliches Spielen aufgegeben haben. Weil sie vielleicht dann auch Angst hatten, sich zu sehr zu entblößen, das, was ja auch unter Walter oft der Fall war. Und das ist ja auch im Grundsatz eine gute Idee, zu sagen, wir gehen in Führung und dann lassen wir vielleicht den Gegner kommen und kontern ihn aus oder verwalten das. Das ist ja durchaus schon häufiger mal gut gegangen bei Mannschaften, die dann damit aufgestiegen sind oder Vizemeister geworden sind, so wie Schalke damals unter Tedesco. So will man natürlich jetzt als Fan nicht unbedingt sehen, aber der Erfolg kann ja durchaus sich einstellen. In dem Fall hat es aber dazu geführt, dass sich das Spiel eingestellt hat und nicht der Erfolg. Die haben einfach nichts mehr gemacht und sie wussten auch nicht mehr, was sie tun sollen. Und du hast wirklich, nochmal, ich wiederhole mich da, aber gemerkt, wenn dann der Panikmodus angeschaltet wird und auf einmal alle taktischen, Zwänge über Bord geworfen werden, weil das Spiel eh verloren ist, dann passiert auf einmal was mit der Mannschaft. Das hast du jetzt gegen Schalke gesehen die letzten zehn Minuten, das hast du gegen Braunschweig gesehen, als sie fast nochmal zurückgekommen wären. So, dann entfalten sie auf einmal Gefahr, dann kommen sie zu Chancen und du merkst, was die Mannschaft eigentlich kann. Aber davor wirkte sie völlig planlos, einfach richtig gelähmt. Die wirkten richtig gelähmt. Du konntest dabei zusehen, wie der Gegner Schritt für Schritt ins Spiel zurückkommt. Und das Gegentor war immer nur eine Frage der Zeit. Man konnte das komplett antizipieren. Und das spricht nicht dafür, dass die Mannschaft und Baumgart eine Einheit sind oder dass die Mannschaft weiß, was sie eigentlich genau machen soll. Und nochmal, ich glaube nicht, dass es jetzt Anlass zur Hoffnung gibt, dass sich das kurzfristig oder mittelfristig ändert. So, deswegen ist halt der Trainerwechsel auch richtig. Es gibt natürlich jetzt viele Leute, die reflexartig schreiben, typisch HSV, haben sie immer noch nicht begriffen, dass es nicht am Trainer liegt. Und so, da gibt es natürlich jetzt viele Leute, die diese Häme so äußern. Und das ist natürlich auch okay. Aber der HSV hat jetzt auch zweieinhalb Jahre an Tim Walter festgehalten und hat versucht, diese Kontinuität reinzubringen. Und dann muss man halt sagen, dass der Schritt nach Walter war der Fehler. Da hatte man sich jetzt wirklich einen Fehlschuss erlaubt. Baumgart war nicht die richtige Wahl. Das hat man auch schon frühzeitig erkannt. Ich habe es ja eben auch erzählt. Aber die Häme ist unangemessen einfach, weil das jetzt schon eine andere Zeit ist als damals, als er gefühlt pro Quartal ein neuer Trainer auf dem Stuhl saß. Und ich hoffe sehr, dass Stefan Kunst jetzt die Weisheit besitzt, einen Trainer zu suchen, der nicht nur einen großen Namen hat. Es gibt ja einige Leute, die auf dem Markt sind, ob jetzt ein Roger Schmidt ist oder ein Urs Fischer ist. Sondern dass man wirklich sich überlegt, was ist unser Konzept? Wofür möchte der HSV stehen? Und welchen Trainer brauchen wir dafür? Und dass man dann vielleicht auch Mut ein bisschen zur Kreativität hat und sagt, okay, das wird unser Mann, den versuchen wir zu bekommen. Weil das wäre jetzt natürlich sehr fatal, wenn die nächste Patrone wieder nicht zündet. Das wäre dann nicht Stefan Kunst Patrone, ja, weil Baumgart war ja Jonas Bolz Transfer. Aber dennoch wäre das natürlich jetzt für die Entwicklung des Vereins Gift wieder zurückzukehren in dieses alle drei Monate einen neuen Trainer. Das ist auf jeden Fall gegeben. Die Frage ist, was für ein Konzept würdest du implementieren wollen? Also was soll das Konzept sein? Man hat ja jetzt wirklich zwei Jahre lang, beziehungsweise zweieinhalb Jahre lang mit dem Walter Fußball gespielt. Man hat auch den Kader sehr stark darauf abgerichtet. Jetzt im Sommer wieder ein paar andere Transfers gemacht. Aber was soll jetzt wieder das Konzept sein? Welche, was für eine Art Trainer würdest du dir wünschen in dieser Gemengelage? Naja, also ich würde mir erstmal einen Trainer wünschen, der mit der Mannschaft zusammen einen Plan entwickelt, hinter dem die Spieler auch stehen können sozusagen. Dass du nicht das Gefühl hast, und das hatte man beim Baumgart leider von Anfang an, dass es fremdelt, dass die Mannschaft nicht genau weiß, was sie machen soll. Ich würde mir halt wünschen, dass es einfach ein Trainer ist, der mit der Mannschaft eine Einheit darstellt. Und das war unter Tim Walter so. Das Problem bei Tim Walter war, dass der Erfolg ausgeblieben ist und dass sie halt oftmals die immer wiederkehrenden Fehler gemacht haben und da keine Weiterentwicklung stattfand. Das ist Tim Walter am Ende zum Verhängnis geworden. Er wäre ja sogar fast aufgestiegen damals. Wir erinnern uns alle da, diese Geschichte, als dann Heidenheim hochgegangen ist. Aber das würde ich mir einfach wünschen. Und was dann jetzt diese Mannschaft, ob sie jetzt in der Dreierkette weiterspielt oder ob sie wieder zurückgeht zu einer Viererkette, wie das sich dann auf dem Platz taktisch anordnet und wer da dann die Rollen ausfüllt, das kann ich dir jetzt natürlich auch nicht sagen, was da jetzt das Beste ist. Aber Fakt ist, der HSV hat einen riesigen Kader und Baumgart hat auch Transfers bekommen, die jetzt vielleicht den Walter nicht bekommen hat. Wir haben mit Laszlo Benesch einzugegebenermaßen den besten Spieler verloren vor der Saison. Der Rest ist geblieben. Jetzt hast du natürlich mit Robert Glatzl jemanden Langzeit verletzt, den du nicht ersetzen kannst. Aber du siehst auch im Spiel, dass jetzt ein Davy Selke, der die Position von Glatzl dann jetzt spielt, der wird ja gar nicht mehr ins Spiel eingebunden, weil der HSV so passiv spielt, dass der Selke da vorne ja einfach nur versucht, zaghaft anzulaufen und ein bisschen zu pressen. Aber sonst wird er gar nicht ins Spiel eingebunden. Der gehört halt in den Strafraum. Und der HSV geht halt nicht mehr in den Strafraum über die meiste Zeit des Spiels, wie man jetzt gegen Schalke gesehen hat. So, deswegen würde auch ein Robert Glatzl vermutlich jetzt nicht den großen Unterschied machen können. Wobei das unterschiedliche Spielertypen sind, will ich mal kurz einmal einwerfen. Ja, Glatzl weiß mehr aus. Genau, der will ja auch mit eingebunden werden und Selke ist ja gar kein mitspielender Stürmer. Völlig richtig. Aber du musst natürlich dann in dem Moment einen Selke auch anders einsetzen. So, das ist, wenn du jemanden wie Davy Selke aufstellst, dann kannst du halt nicht sagen, du stellst dich hinten rein und machst einfach gar nichts mehr und bettelst nur um den Ausgleich. Da musst du halt nach vorne gehen, musst Druck machen, musst Flanken schlagen, musst in den Strafraum kommen. Das musst du so oder so mit der Qualität. Worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass halt da jetzt so viele Spieler sind, die neu gekommen sind, dass du eine Breite im Kader hast. Also, wie gesagt, Banish ist gegangen, dann hast du einen Karabetsch dazu bekommen, der im Prinzip am ehesten so ein 1 zu 1 Ersatz ist. Du hast einen Perrin oder Perrin, ich bin mir nicht genau sicher, wie man es ausspricht, hinten für die Innenverteidigung noch als Alternative bekommen, da ein bisschen Quantität reinzunehmen. Du hast einen Saidi geholt, der auch nachgewiesen hat, dass er zumindest an guten Tagen ein sehr gutes Zweitliganiveau erreichen kann. Also, es ist ja nicht so, dass ein Hefti ist gekommen für die rechte Seite. Also, der HSV hat ja wirklich investiert. Und du musst jetzt einfach aus der Masse an Spielern eine vernünftige Truppe auf den Platz kriegen, weil es gibt keine Ausreden. Also, nachdem, wie der HSV auch auf dem Transfermarkt agiert hat, gibt es einfach keine Ausreden. Und eine Sache wollte ich noch sagen. Ich versuche mich irgendwie zu ordnen und strukturiert zu argumentieren, aber es ist natürlich jetzt auch viel so wieder so. Aber eine Sache möchte ich noch zur Liga sagen, was auch gegen Baumgart spricht, neben vielem, was ich schon aufgezählt habe. Die Liga ist gerade richtig scheiße. Wir haben mit dem 1. FC Köln einen Top-Favoriten, der struggelt, der noch nicht richtig in die Spur gefunden hat. Wir haben mit Schalke einen großen Verein, der komplett da niederliegt und vom HSV aufgebaut wurde. Hashtag Hertha eine Mannschaft, die noch nicht richtig angekommen ist in dieser Saison, die aber noch eine Menge Luft nach oben hat, auch aufgrund ihrer verletzten Situationen. Wir haben mit Düsseldorf eine Mannschaft, die zwar furios gestartet ist, aber derzeit auch richtig, richtig viele Punkte liegen lässt. Und dann hast du da oben Mannschaften auf einmal wie Paderborn, Elversberg, Karlsruhe. Das ist nicht bös gemeint, die arbeiten super. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass diese Teams eine bessere Mannschaft haben oder bessere Ausgangssituationen haben als der HSV. Das heißt, die großen Vereine bieten richtig was an derzeit. Der HSV ist erneut nicht in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Und die Tatsache, dass man überhaupt da noch oben im Aufstiegsrennen ist, liegt ja nicht daran, dass man ja okay gepunktet hätte. Es liegt einzig und allein daran, dass eben diese Mitkonkurrenten das anbieten. Und es ist nicht davon auszugehen, dass der 1. FC Köln oder auch Hertha in der Rückrunde nicht noch ihr Potenzial nutzen werden, was sie haben. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich die in Punkte Vorsprung rausgespielt haben. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass der HSV in der Rückrunde regelmäßig verkackt. Und deswegen ist das, wie gesagt, noch mal zum vierten Mal die richtige Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach Baumgart zu entlassen. Um das einmal zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, in der Tabelle hat der HSV nur in Anführungszeichen drei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsrang auf Karlsruhe, vier Punkte Rückstand auf den ersten auf Paderborn. Und das ist ja eine aufholbare, Betrag. Gleichzeitig hast du ja auch schon erwähnt, da gibt es noch jede Menge Potenzial, was in dieser Liga brachliegt, was schlummert. Das sieht man ja auch an der aktuellen Tabellen so dazu. Und auch, wie eng das ist, dass kein Team so richtig sich einen Lauf erarbeiten kann. Jetzt ist aber doch die Frage nach vorne gerichtet. Wer wäre denn jetzt aus deiner Sicht der richtige Mann, um diesen Verein dahin zu führen, wo er hin möchte, auch in die erste Bundesliga? Wir haben jetzt diverse Trainerkandidate auf dem Markt, die ja auch große Namen sind, die teilweise auch teuer sind, muss man sagen. Niko Kovac zum Beispiel, den Urs Fischer. Das sind Trainer, die zuletzt halt auch Champions League teilweise trainiert haben, die natürlich ein anderes Gehaltsgefüge sind. Wir haben den Roger Schmidt auch in dieser Kategorie, den Ruth van Nistelrooy mit HSV Vergangenheit. Ist das so ein großer Name, von dem du dir was erhoffst? Oder siehst dann irgendwie noch einen kleinen Namen, den man vielleicht noch reinbringen sollte? Naja, also ich bin jetzt nicht der Experte auf dem Trainermarkt, der dir sagt, okay, ich will jetzt den haben, weil der spielt das System oder der hat die Ansprache in der Kabine oder was auch immer. Ich kann dir aber sagen, was ich nicht will. Ich will nicht einen großen Namen des Namens wegen. Ich möchte nicht einen Niko Kovac, weil der hat ja schon mal Champions League trainiert. Ich möchte nicht einen Ruth van Nistelrooy, weil der ist ja Weltklasse-Stürmer gewesen und hat beim HSV mal gespielt und war kürzlich bei Manchester United erfolgreicher Interimstrainer. Ich möchte keinen Roger Schmidt, weil der hat ja mal auf einem ganz anderen Niveau trainiert als 2. Liga und so. Nur aufgrund ihrer Biografie sozusagen, okay, das ist jetzt der Richtige. Weil Dieter Hecking zum Beispiel war damals auch kein 2. Liga-Trainer, ist dann zum HSV gegangen und es hat auch nicht funktioniert. Ich möchte einen Trainer haben, von dem man inhaltlich überzeugt ist. Ich gebe mal ein Beispiel Eintracht Frankfurt. Die haben Dino Topmeller verpflichtet und Eintracht Frankfurt war in einer Position, die hätten sich an einem anderen Regal bedienen können, an einem, sag ich mal, namentlicheren Trainer versuchen können. Und sie haben aber einem jungen Trainer, der relativ wenig Erfolge als Cheftrainer vorzuweisen hatte, gewagt und haben jetzt Erfolg mit dem. Weil man sich natürlich überlegt hat, okay, wer passt zu dem Weg, den wir gehen wollen. Wer passt zu der Mannschaft, die wir haben und so weiter. Und den Mut wünsche ich mir beim HSV. Dass man sich jetzt nicht so Hansestadt, Tor zur Welt, Hamburg und so. Eigentlich gehören wir ja ganz woanders hin. Wir müssen jetzt einen großen Namen holen. Nee, das ist mir völlig egal, wie der Trainer heißt. Mir ist wichtig, dass es eine schlaue Entscheidung ist, der zum Weg passt, der zur Mannschaft passt. Und dann ist mir der Name grundsätzlich mal egal. Da sind wir dann aber wieder am Anfangspunkt. Was ist der Weg des HSV? Also das ist jetzt das große Fragezeichen, was ich nach diesem Kapitel Baumgart habe. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass man da wieder ein altes Muster zurückgefallen ist. Man hat quasi damals bei der Verpflichtung dem öffentlichen Druck nachgegeben, hat dann ihn genommen, obwohl, wenn du genau hingeguckt hast, schon damals klar war, dass er nicht der richtige Mann ist, um halt einen Stil wie ihn halt weiter geprägt hat, wie ihn auch die Mannschaft gehabt hat und dahin weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt natürlich auch die Frage, weil du hast ja jetzt nicht mehr diesen HSV-Stil. Und Kunz ist ja auch wieder ein ganz anderer Mann als Bolt. Das ist jetzt die Frage, was macht Kunz? Was will Kunz? Wer kommt dann von Kunz auch? Ja, das ist eine Frage, die muss Kunz beantworten. Das ist jetzt seine erste richtige Bewährungsprobe, weil er ist ein netter, sympathischer Typ und ist 1996 mit Deutschland Europameister geworden. Alle lieben Stefan Kunz. Aber seine erste Entscheidung war, wir bleiben bei Baumgart. Muss man im Nachhinein sagen, das war nicht die richtige Entscheidung. Die zweite Entscheidung steht jetzt an, die zweite große Entscheidung. Das ist jetzt ein Stefan-Kunz-Trainer. Das alte war ein Jonas-Boll-Trainer, jetzt kommt ein Stefan-Kunz-Trainer und die muss sitzen. Und deswegen ist er ja auch geholt worden mit seiner sportlichen Kompetenz, mit seinem Netzwerk, dass er jetzt den richtigen holt. Und das Vertrauen hat er natürlich noch. Stefan Kunz ist jetzt ja noch nicht angezählt oder verbraucht. Ganz zum Gegenteil, ist ja alles gut bislang. Aber diese Entscheidung muss jetzt richtig sein. Wir nehmen hier wenige Stunden auf, nachdem die Entlassung verkündet wurde. Also wir sind jetzt relativ schnell dran. Was mich auch ein bisschen wundert, beziehungsweise was mich dann überrascht ist, es werden noch gar keine Namen gehandelt. Also es ist noch nichts irgendwie, dass man sagen könnte, der Name raunt durch Hamburg oder sowas. Ja, Van Nistelrooy wurde tatsächlich schon bei Sky mal erwähnt. Ja, das ist natürlich die Frage, das kann natürlich jetzt noch kommen. Kann natürlich auch sein, dass schon morgen der neue Trainer vorgestellt wird. Aber auf mich hat das eher nicht das Gefühl, dass das eine Entlassung war, die jetzt wochenlang vorbereitet wurde. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass schon auch egal, wie dieses Spiel gestern ausging, dass diese Entlassung angestanden hätte. Sondern man hatte eher das Gefühl, okay, das Spiel war nochmal so ein Alarm-Signal. Und deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sie weitermachen. Ob dann Merlin Polzin jetzt die Chance bekommt, der ist jetzt erst mal als Cheftrainer genannt worden, zumindest für die nächsten Tage. Oder ob man dann neuen Kandidaten sieht. Da bin ich dann sehr gespannt. Und auch, welche Idee damit einhergeht. Weil ich stimme dir vollends zu, dieses Jahr wirkt es nicht so, wirkt es einfacher in der zweiten Liga aufzusteigen. Ich habe ja auch schon bei Zonesliga gesagt. San Pauli letztes Jahr, da hast du schon am Saisonanfang gemerkt, okay, die haben zwar noch nicht gepunktet, aber die sind eine Macht eigentlich. Die haben den Fußball drauf, die kann der Rest nicht mithalten. Diese Mannschaft sehe ich in der zweiten Liga noch nicht. Am ehesten noch Köln, wenn die sich mal wieder zusammenreißen. Aber auch da ist momentan so ein bisschen die Frage, wie sich da die Mischung aus Spektakel und Stabilität, wie das der Trainer da vereinbaren kann. Also dementsprechend wäre es halt eine Riesenschance für den HSV, aber die muss man natürlich auch ergreifen. Und es wird natürlich nicht einfacher mit jedem, ja, zweite Bundesliga. Aber da erzähle ich dir, glaube ich, nichts Neues. Nö. Und vor allem wird es nicht einfacher mit jeder Woche, die Köln sich findet und in der Liga ankommt. Und es wird nicht einfacher mit jedem verletzten Spieler, der bei Hertha zurückkommt und so. Also nochmal, es hätte eigentlich jetzt die Phase sein müssen, in der man sich einen Vorsprung rausspielt. Jetzt hätte man eigentlich vom Platz 1 grüßen müssen und sich vorbereiten darauf, dass die anderen vielleicht näher heranrücken in der Rückrunde. Das hat man einfach versäumt. Und jetzt ist man in der Situation, dass man zusammen mit anderen Großen richtig angreifen muss und Serien hinlegen muss. Also da ist bislang sehr, sehr viele Fragezeichen, was die Aufstiegskompetenz für dieses Jahr angeht beim HSV. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was Kunst macht. Polzin hatte letztes Jahr nach der Entlassung von Walter ja auch interimsmäßig ein paar Spiele. Das hat dann nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, was den Druck auf die Personalie Baumgart dann auch nochmal erhöht hat. Weil Steffen Baumgart war damals, du hast es richtig gesagt, er war nicht die erste Wahl. Man hat sich sogar Zeit erkauft und überlegt, okay, wen kriegt man? Und dann ist Baumgart dann nachdem vielleicht drei Wochen oder so ins Land gezogen waren, wo man ihn jederzeit hätte haben können, weil er seine Bereitschaft signalisiert hatte und der so auf der Suche war. Und es war ganz offensichtlich, dass er nicht die erste Wahl ist. Dementsprechend hoffe ich, dass man dieses Mal besser vorbereitet ist. Du hast gerade gesagt, es war jetzt nicht absehbar. Das sehe ich komplett anders. Ich erwarte von einem Stefan Kunz, wie von jedem vernünftigen Sportdirektor, egal in welchem Verein er arbeitet, dass man in einer Situation, in der man gerade ist, nämlich kriselnd, dass man ein Notizbuch hat und schon Namen vorbereitet hat. Das erwarte ich. Baumgart saß von Anfang an nicht fest im Sattel. So. In der Situation musst du dein Notizbuch aufmachen und da Namen reinschreiben und dich vorbereiten. Und diese Entlassung hat sich angebahnt. Dieser Fußball, den wir gegen Schalke jetzt gesehen haben, das war die letzten Wochen schon so. Niemand ist davon überrascht, dass Baumgart geht. Niemand. Deswegen, wenn Stefan Kunz sich jetzt hinstellt und sagt, jetzt hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, jetzt muss ich erst mal gucken, dann hat er schon einen schlechten Job gemacht. Ich erwarte von Stefan Kunz, dass er schon seit Wochen Namen im Hinterkopf hat, mit denen das funktionieren kann. Ich bin sehr gespannt, wer dann kommt. Einmal muss ich dich kurz verbessern. Ich glaube, Polzin hatte ein Spiel gehabt damals. Ja, ein Spiel, aber das war, ja, ja. Da war der Länderspielpause noch dazwischen. Das stimmt, er hat das eine Spiel. Das ging gegen Rostock, glaube ich, 2-2 aus. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt und, ja, aber trotzdem. Wollte ich noch einmal kurz verbessern. Das war damals schon so. Die Zeit, bis Baumgart kam, war jetzt nicht nur eine Woche, sondern es ist ein offenes Geheimnis in dieser Stadt, dass Bolt nicht unbedingt mit Baumgart den Vertrag schließen wollte, aber dann die gesamte Stimmung um den Verein ihn dazu gedrängt hat, diesen Vertrag abzuschließen. Der wollte ja auch, das ist ja mittlerweile auch in den Medien mehrfach zu lesen gewesen, ihn auch im Sommer entlassen, aber wurde dann zuvor entlassen und deswegen hat man gesagt, man macht mit Baumgart weiter. Aber insgesamt bin ich sehr gespannt, wie das da weitergeht. Hast du noch ein paar abschließende Worte zu sagen zu deinem HSV? Ja, naja, das, was ich vielleicht auch schon mal gesagt habe, Baumgart war ein Fehler. Davor hatte man zweieinhalb Jahre Kontinuität ihrer Selbstwillen, so schien es manchmal auch, weil es auch da Gründe gab, Kritik zu äußern. Und für mich ist einfach nur wichtig, dass man jetzt nicht wirklich in all die Klischees zurückfällt, sondern dass halt wirklich seriös gearbeitet wird, dass man auch die positiven Dinge auch wirtschaftlich, Stadion abbezahlt und da wird seriös gearbeitet hinter den Kulissen. Das sind Errungenschaften, die man sich vor zehn Jahren nur hätte erträumen können. Also es ist jetzt nicht alles schlecht beim HSV und dementsprechend sollte man da jetzt auch nicht alles zu Grabe tragen, sondern jetzt vielleicht auch einfach sagen, okay, pass auf, Baumgart hat nicht funktioniert, gar keine Frage, jetzt hat man es beendet, jetzt hat man nochmal die Chance. Die Saison ist noch nicht gelaufen, eben aufgrund des Schwächelns der Konkurrenz. Es kann man ja auch positiv sehen, hey, wir haben noch eine Chance und jetzt muss man einen Trainer finden, der passt und der auch einen Trainereffekt entfaltet, weil das hatte Baumgart nämlich gar nicht. Das ist damals ja so gewesen, dass die Kabine hatte Walter ja nicht verloren und es gibt ja immer einen Trainereffekt, wenn man das geführt hat, die Mannschaft hat jetzt so eine Aufbruchsstimmung und setzt nochmal neue Kräfte frei und das hatte man ja Baumgart gar nicht, weil Walter eben nicht in Ungnade gefallen war und deswegen hat er sich auch nochmal umso schwerer getan. Und jetzt hoffe ich mal, dass jetzt, wo die Mannschaft auch offensichtlich völlig gefremdelt hat, dass vielleicht jetzt auch so ein kleiner Trainereffekt möglich ist und dann vielleicht auch so ein positives Momentum in irgendeiner Form entstehen kann, das würde ich mir jetzt wünschen. Es ist ja auch, wie gesagt, keine dramatische Situation bisher. Also man hat noch alles selbst in der Hand. Man hat jetzt für den Rest der Hinrunde ein mittelmäßiges Programm. Es geht jetzt los auswärts gegen Karlsruhe. Das ist sicherlich kein leichtes Spiel, aber dann zu Hause gegen Darmstadt, auswärts in Ulm, zu Hause gegen Fürth. Da kann man theoretisch Punkte holen und sollte man auch Punkte holen, wenn man sagt, man möchte um den Aufstieg mitspielen. Einschränkend muss ich dazu sagen, Karlsruhe und Darmstadt sind gerade die heißesten Mannschaften der Liga. Ja gut, das stimmt. Darmstadt trotzdem zu Hause. Also das ist, glaube ich, ja nochmal ein Vorteil. Ja gut, aber guckt dir mal bitte jetzt die letzten fünf Spieltage an. Darmstadt ist, was die Kurzzeit-Tabelle angeht, Tabellenführer. Und die spielen natürlich jetzt unter... Darmstadt unter Kohfeldt, keine Frage. Bei Karlsruhe, ja okay, da darf man sich nicht zu sehr von der Tabelle blenden lassen, weil die haben zuletzt auch nicht mehr diese Form gehabt, die sie am Anfang, Beginn der Saison hatten. Ja, sind aber Zweiter. Genau, haben ja aber auch mit ihren Schwierigkeiten zu kämpfen zuletzt gehabt. Und das, die Tabelle sagt momentan sehr wenig aus, weil da eben vorne niemand kontinuierlich punktet. Und die Mannschaft, die am Tabellenspitze steht, kannst du sicher sein, dass sie am kommenden Spieltag verlieren wird. Dementsprechend, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht beim Hamburger SV. Ich bin sehr gespannt. Schreibt gerne in eure Kommentare, wer er meint. Schreibt gerne in die Kommentare, wer er meint, sollte neuer HSV-Trainer werden. Schreibt ein paar aufmunternde oder auch niederschmetternde Worte zu Nils, unseren edel HSV-Fan hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle morgen wieder zu einer schönen neuen Runde Bundesliga. Dann sprechen wir über die erste Bundesliga. Und ja, Nils, du hast das letzte Wort. Nur der HSV. Nur der HSV. Das wird auch nie geschlitzt.